Guten Morgen, äh, ja, guten Morgen! Halli, hallöchen und guten Tag, Leute! Freunde, 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 heute ist was ganz spannendes, so. RTA Nord kommt ins College. Es ist unglaublich. Ich habe, ich mache nämlich bei einer Charity-Aktion mit, ähm, es wurde ein Song geschrieben. Ich will den Verein Krebskranke Kinder, soll die Kunst- und Musiktherapie unterstützen. Finde ich total super, der Song ist, der Song ist mega, voll, voll süß gemacht. Und, ähm, ich freue mich mega, wir werden heute ein bisschen gucken, welchen Part ich da mache. Und alles wird mit Kamera begleitet und so, voll verrückt. Aufregend, dann habe ich heute Chor und da, ähm, wird das Kamerad auch mal vorbeischauen. Und mitfilmen. Und, ähm, ja, crazy, crazy. Ja, heute ist übrigens der letzte Tag im College. Ähm, dann sind erstmal Ferien in zwei Wochen. Und, ja, schon mal ein Tour, dann. Und, ja, schon mal ein Tour, dann. Ich bin jetzt gerade aus dem Chor raus, die machen oben weiter. Wir werden jetzt gleich in diesem Raum drinnen ein bisschen filmen, ein bisschen Interview machen und so ein Kram und ja, spannend. Die Tags machen weiter, kommen wir auch gleich noch an. Zeig dein Talent und schnade dabei. So meine lieben Freunde der Sonne, hallöchen und guten Tag Leute. Wir hatten Soundshake, wir waren gerade alles normal durchbrocht hier und gleich ist der Auftritt, Ticket zum Glück. Das wird schön, ich singe zwei von meinen eigenen Songs und singe mein Ticket zum Glück noch mit, den der Elliot geschrieben hat. Voll schön, das wird richtig toll. Da stehen mega viele Leute auf der Bühne, aber ihr werdet es ja sehen. Und, ähm, unglaublich, sage ich euch. Und dann habe ich angefangen mit dem Soundtrack, ne? Das habe ich angefangen mit so Miao Miao und Hilfe, Hilfe zusammen. Plötzlich haben alle immer gesagt, Hilfe, Hilfe. War wirklich sehr lustig. Die Landeshauptstadt erhebt ihre Stimme. Doch wie viel Geld kommt zusammen? Wie viel ist es am Ende wert? Das Ticket zum Glück. Guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend und herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Ticket zum Glück. Willst du sehen? Ich bin dein Lieb. Ich bin dein Lieb. Ich bin dein Lieb. The skies come to a storm design. Always in Branden Order. Pop up your picture in my mind. Red Dawn breaks at the border. I kiss away, Вure. I kiss always BETTERument. I kiss alwaysаю you. I'm not sure that it's still on top. But I promise you that I can't try... that I kiss you. Die Teile müssen ihr nachmachen wie mich so castrafenас, das leve Warum weiß derтра. Also auf jeden Fall... Toll, dass du heute hier bist mit dem eigenen Song. Ist mein Mikrofon an, ist das Licht noch an, dann kann ich erzählen, was ich will. Setz mich einfach zu dir auf den Stuhl und bin kurz still. Du marschierst in einer Reihe, mit dem Nazi allerlei. Willst ne gute Deutsche sein, randalierst, kommt wirklich die Zeit. Dabei siehst du scheiße aus, gibst den Arm und lässt es los. Viel Spaß mit das Ticket zum Glück. Kinder lachen, reicht uns als ein Sporn. Wo wollen wir sterben, wo wollen wir hin? Erst wenn Talente sich binden, sich stillen verbinden, macht unsere Vision plötzlich Sinn. Man muss helfen, wer bei Himmel verbraut. In den Zeiten der Not ist es so, wir müssen still vertraut. Du kennst die Britte auch, und du weißt, was du tunest. Gebet, Mut und Hoffnung, kann man beschlecken sie gut ist. Gebet, Mut und Hoffnung, kann man beschlecken sie gut. Ja, auf seine Weise wunderbar Und nur so wird ein Traum wirklich wahr Doch wir geben Freude, dass wir an uns gehen und werden sich überstehen Wir geben Freude, dass wir an uns gehen und werden sich überstehen Ich bin auf meine Freunde, dass wir uns gehen und werden uns gehen Wir werden ein bisschen weitergehen, bis wir passen auf den Leibniz So wenn es für Sommer ist, wir können uns zu hören Wir machen Träns, die Littes und die Worte, dass wir uns machen Wir machen Träns, die Littes und die Worte, dass wir uns machen Damit beenden wir den Vlog, alles mögliche ist passiert, voll krass, es war wirklich schön. Meine neuen Songs, diese Aktion hier, Ticket zum Glück, so schön. Das war eine schöne Zeit, bis zum nächsten Vlog, tschau.